Sie haben genau zwei Minuten. Und warum nicht drei? Zwei. Ich hätte aber gerne drei. Schon klar. Dass Sie ein komödiantisches Talent besitzen, Mr. Kahn. Ich bin Showmaster. Tja, darauf kommen wir etwas später zu sprechen, Sir. Also, Sir, wollen wir... Wollen wir was? Bitte nehmen Sie die Sache doch etwas ernst, Mr. Carlyle. Spielen Sie mit. Und wir sind endlich fertig. Wir sind fertig, okay? Nein, das... Glaube ich nicht. Ich aber. Jetzt Ruhe! Wo ist denn da das Problem, Bob? Sie stellen mir immer komische Fragen. Ob ich talentiert und witzig bin? Na ja, und so langsam gehen Sie mir auf den Sack, weil Sie mich andauernd fragen, ob ich zwei Minuten hätte oder drei Minuten hätte. Und deswegen stoppen wir die Zeit. Jetzt sagen Sie bloß nicht, Ihre Uhr ist stehen geblieben. Also... Oh mein Gott. Was? Bitte, hören Sie auf damit. Hallo, ich rede mit Ihnen. Mr. Carlyle... Was glauben Sie, was ich hier mache? Das ist ein alter Zaubertrick, aber... Ich werde es Ihnen nicht verraten. Und wissen Sie auch warum? Weil ich Sie nicht leiden kann. Sie sind Zauberer? Mhm. Was, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich bin berggeber und habe mir eben drei Cocktails reingezogen. Natürlich. Ja, was glauben Sie denn? Sie sehen aus, als könnten Sie auch einen Schluck gebrauchen. Die sind sowas von lecker. Ich könnte auch noch einen Drink vertragen. nhillary. Ich gehe.